Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Marktausblick oder Wochenausblick, wie auch immer ihr es nennen möchtet, für die kommende Woche. Ja, diese Woche war eigentlich relativ viel los. Bitcoin sehr, sehr volatil, auch die Forex-Märkte und natürlich auch die Stocks-Märkte. Schauen wir uns jetzt alles wieder im heutigen Wochenausblick an. Gestern habe ich es leider nicht geschafft, dafür dann heute am Sonntag hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. Wetter ist heute nicht so gut, deswegen habt ihr auch die Zeit, dieses Video auch in voller Länge anzugucken und dann seid ihr perfekt vorbereitet für die kommende Woche. Auf jeden Fall, bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne oder kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und auch Spotkäufe etc. kommt da gerne rein, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und dort findet ihr auch den Link zu meiner Partnerbörse BingX. Weiterhin könnt ihr hier 50 USDT als Free Trades abstauben, ihr müsst einfach nur 100 USDT einzahlen, ihr müsst nichts mit den 100 USDT machen, einfach einzahlen und dann kriegt ihr die Bonusse, den Bonus innerhalb von einer Woche gut geschrieben. Also checkt die Börse gerne ab, Link ist unten in der Videobeschreibung. Damit würde ich sagen, verlieren wir auch nicht zu viel Zeit, wir fangen an wie immer mit dem DXY und schauen ein bisschen auf die Forex-Märkte. Gleich mal vorweg, also der Euro Long gegenüber dem US-Dollar läuft perfekt, auch Daniel werden wir uns jetzt gleich mal ein bisschen angucken. Wir fangen aber wie gesagt mit dem DXY an, der befindet sich unter der 100-Dollar-Marke, also wir haben diese Woche einen brachialen Abverkauf gesehen. Hätte ich selber nicht mitgerechnet, ich habe eigentlich damit gerechnet, okay wir sehen zumindest ein kleines Fake-Out, aber Dollar dann komplett eingebrochen und wir haben die erste kleinere Supportzone hier unten in dem Bereich der 99,746 erreicht. Von hier aus habe ich schon mal so grob den Fahrplan eingezeichnet, ich bin aber hier noch immer überlegen, Freitag war mir das einfach ein bisschen zu heikel, weil man weiß nie was am Wochenende noch für News kommen, zwecks einer neuen Long-Position. Ich warte hier derzeit noch ein bisschen ab. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir jetzt erstmal hier einen Reversal zu Anfang der Woche sehen, dafür ziehen wir uns mal ganz kurz das FIP-Level, zumindest so in die Region um 102 US-Dollar. Wir haben hier eine Menge Ineffizienzen, ich zoome mal noch ein bisschen an, dann sieht man es besser, eine Menge Ineffizienzen hier in diesen Bereichen, die gefüllt werden könnte und das Golden Pocket. Würde perfekt hier mit einem Retest von diesem Abverkauf übereinstimmen. Also das ist so jetzt erstmal der Plan, eventuell, dass wir Montag entweder nochmal so einen kleinen doppelten Boden kriegen, dann aber auf jeden Fall eine Long-Position bis zum Golden Pocket runter. Sollten die News, die wir nächste Woche eigentlich nicht so wirklich haben, wir haben nächste Woche wirklich kaum News, außer es gibt wieder irgendwas von den Brickstaaten, die ja so langsam aber sich ihre goldgedeckte Währung hier einführen wollen oder bekannt machen wollen im August, kann es auch sein, dass wir direkt einfach hier runter gehen Richtung 97 US-Dollar. Und das sind die Zonen für mich, die jetzt sehr, sehr interessant werden hier unten. Einerseits die Zone für einen kurzfristigen Long und dann aber auch hier unten diese 97,8 für einen längerfristigen Long. Wir schauen jetzt mal gleich mal rüber zum Euro gegenüber dem US-Sollar, weil wir da halt jetzt eben auch in so langsam aber sicher in einem Widerstandsbereich kommen. Also die Long ist jetzt zu 75% zu. Das ist auf jeden Fall klar, wir sind hier schön an einem Peak. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass hier oben noch diese kleine Ineffizienz noch zu füllen sein könnte, die 1,12746. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so schnell geht, aber wie gesagt, Dollar komplett am Crashen und deswegen der Euro natürlich deutlich, deutlich stärker. Und ihr seht hier diesen schönen Impuls nach oben, Ares Eye natürlich deutlich überhitzt. Wie gesagt, aber wir haben hier noch die Möglichkeit bis ungefähr 1,127 hoch zu steigen. Das ist auch so momentan so ein bisschen das Ziel für einen potenziellen Short. Ihr habt gerade den Dollar gesehen, Dollar hat deutliches Aufwärtspotenzial. Euro hingegen muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weshalb ich hier langsam aber sicher überlege, in diesem Bereich hier eine Short-Position aufzubauen. Wir haben die Long, wir können ohne Probleme einfach, sage ich mal, hier ein bisschen hedgen mit der gleichen Positionsgröße ohne viel Verlustrisiko, sage ich jetzt einfach mal. Und vom Stop-Loss her einfach so in Richtung 1,137, fände ich jetzt nicht verkehrt, 1,15. Dann hätten wir hier diesen kleinen Zielbereich hier nochmal ein bisschen abgedeckt. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Und dann sollten wir hier auch einen positiven Trade nach unten hin mitnehmen können. Als Ziel nehmen wir einfach das FIP-Level wie immer, schauen so ein bisschen, okay, wo ist die Zielmarke. Golden Pocket auf jeden Fall und würde auch sehr, sehr gut übereinstimmen. Also hier die Marke von, ich sage jetzt mal 1,10, psychologisch wichtige Marke. Und auch in der Vergangenheit immer wieder hier angelaufen, wo wir ein bisschen unseren Struggle hatten, weshalb ich diesen Bereich hier jetzt erst einmal als Zielbereich dann auserkoren würde. Das heißt, Montag sehr, sehr wahrscheinlich ein DXY Long und dann eher ein Euro Short können wir schön hatchen. Und dann würde ich sagen, erster Take-Profit ist hier das 0,236er. Der zweite machen wir hier zwischen 0,382 und 0,05er. Und der dritte ist dann auf jeden Fall im Golden Pocket. Und im dritten Take-Profit würde ich dann bei der 1,10-Marke den Euro wieder verdoppeln. Dann hätten wir einen Entry von 1,09 Euro. Also so stelle ich mir jetzt erst einmal die nächste Woche vor. Könnte eine sehr, sehr gute Forex-Woche auf jeden Fall werden. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu den traditionellen Märkten. Hier hat sich ehrlich gesagt wenig getan. Dow Jones, letzte Woche darüber gesprochen, leider nicht ins Golden Pocket, somit nicht die Long-Position abgeholt. Dow Jones aber generell die Woche nichts getan. Also hier bleibe ich erst einmal dabei, die Range muss gebrochen werden nach oben hin. Dann haben wir Luft bis zur Ineffizienz hier oben, die 35.350-Punkte-Marke. Und das war's. Wir brauchen uns jetzt hier nicht mehr, ja, sage ich mal, verausgaben. Eventuell sollten wir hier nochmal einen Rücksetzer im Laufe der kommenden Woche kriegen. In Richtung der Marke 34.030 wäre hier das Golden Pocket nochmal der Ankerpunkt. Eine minimale Ineffizienz oder diesen Pump hier nochmal auffüllen. Das wäre eine Idee mit dem Doppeltop, was wir hier gebildet haben. Kein höheres Hoch, um dann die Long hier unten mitzunehmen und dann einen neuen Anlauf nach oben hin zu starten. Das ist der Plan für den Dow Jones. Brauchen wir uns nicht länger aufhalten oder das unnötig in die Länge ziehen. Schauen wir uns den SPX an. Gab es ja auch die Woche mal kurzzeitig ein bisschen, ja, nicht Diskussion, aber ein bisschen kleiner Austausch in der Gruppe. Ab wann ich jetzt extrem bullish werde, das ist einfach die Marke. Theoretisch war hier der Structure Break. Also hier die 4.250-Punkte-Marke, das ist eigentlich die bullische Variante, wo ich gesagt habe, okay, hier bin ich bullish. Habe ich, glaube ich, in der Gruppe ein bisschen falsch gesagt. Aber wir haben hier oben massiven Widerstand in Richtung 4.590 Punkte. Und was wir auch dazu gesagt haben, dieses Ascending Triangle hat auch sein Preisziel hier oben in dieser Struktur. Das heißt, ich gehe weiterhin davon aus, dass wir diesen Weg hier oben noch ein bisschen fortstreiten. Ihr seht, die Short-Position von letzter Woche hat sich auch nichts geändert. Stop-Loss über 4.730 Punkte. Mehr gibt es hier auch nicht zu sagen. Wir hatten diese Woche einerseits eine bullische Woche, was die Märkte anbelangt. Andererseits aber nicht mit wirklich sonderlich viel Bewegung. Deswegen warten wir jetzt hier nochmal ab. Die Bearish-Tivergence staut sich hier weiter auf. Ist mir aber freitags zu wenig. Aufgrund einfach auch der, ja, vom Volumen her, von der Volatilität am Freitag einfach viel, viel zu wenig gewesen, um hier möglicherweise in Short-Rate einzugehen. Und die letzte Bearish-Tivergence hat sich der Markt dann auch gekillt. Also wir haben auf jeden Fall noch Luft. Dieses High hier oben wurde jetzt erstmal angetestet. Wir haben sogar minimal drüber geschlossen. Hier haben wir noch so eine kleine Ineffizienz. Also ich sehe mindestens die 4.545 Punkte noch, wenn nicht sogar, wie gesagt, die knapp 4.600 Punkte als Ziel in den nächsten Tagen. Gehen wir rüber zum NDX. Auch hier leider nichts mehr irgendwie getan. Habe ich ja auch gehofft, dass wir hier nochmal ein bisschen tiefer gehen. Aber auch hier hat sich der Markt im Endeffekt alles gefischt. Short-Position wäre abgeholt worden. Aber wie gesagt, es war Freitag und die Candle wurde einfach schon relativ zeitnah hier geschlossen. Deswegen war mir das auch ein bisschen zu risky. Ein Doppeltop wäre hier jetzt das Erste, wo ich sagen würde, okay, hier können wir in den Short-Rate reingehen. Wir haben die Bearish-Tivergence. Wir haben aber sehr, sehr viel Volumen noch in den letzten Candles gehabt. Und das ist eben dieser Negativpunkt, weshalb ich mich hier nicht in den Short getraut habe. Solange das Volumen weiterhin zunimmt pro Candle, ist es kein Zeichen dafür, dass die Märkte hier korrigieren wollen. Trotz dieser Bearish-Tivergence, die wir ja schon mal hatten und die sich jetzt im Endeffekt aber auch langsam wieder auflöst. Also das Short-Setup lassen wir jetzt erstmal noch weg. Ich bin hier eher short auf den SPX und auf den Dow Jones erst einmal. NDX aufgrund auch der ganzen positiven Zahlen. Wir haben eine Palantir, die teilweise oder jetzt mittlerweile knapp 100% im Plus ist. Wir haben eine Coinbase-Aktie, die jetzt auch innerhalb von einem Monat 100% Plus gemacht hat. Oder 90%, irgendwie sowas um den Dreh. Danke, Micha, nochmal für den Tipp, hat es in die Gruppe gepostet. Damals, ey, Coinbase konnte interessant werden. Da sind viele nochmal bei 50 Dollar oder 50 Euro damals eingestiegen. Und das pusht natürlich auch den NDX und wir sind nicht mehr weit von unserem All-Time-High-Entwert. Wenn wir das jetzt nochmal nach oben ziehen, 7,6% ist jetzt nicht mehr die Welt. Und ganz ehrlich, ich halte das auf jeden Fall noch im Bereich des Möglichen. Aber wir warten jetzt hier erstmal ab. Hier ist noch kein Short momentan in Planung. Die Range sollte die hier brechen. Oder wir machen mal diese größere Box hier oben in diesem Bereich. Da ist nämlich noch die Ineffizienz. Dieser Bereich hier wird sehr, sehr interessant werden und könnte dann zumindest mal eine kurzfristige Korrektur bringen, meiner Meinung nach. Aber hier jetzt derzeit Short, no way. Und sollten die anderen beiden wie SPX und Dow Jones weiterperformen, könnte der Nasdaq auch hier noch die 16.166-Punkte-Marke triggern. Zumindest die 16k, das ist so eine psychologisch wichtige Marke, das ist genauso wie bei Bitcoin oder so. Immer diese 10er-Schritte ist hier beim NDX die 16k-Marke eine sehr, sehr wichtige. Das seht ihr auch an dieser blauen Linie. Immer wieder ein bisschen Widerstand gehabt und Struggle. Und genau da hatten wir jetzt den Test. Und da wird jetzt die nächsten Tage sehr, sehr interessant werden, meiner Meinung nach. Gut, dann gehen wir rüber zum DAX. Hier, seht ihr bereits, bin ich schon Short. Zum Glück nicht ausgestoppt. Weiß ich nicht, diese ganze Impulsbewegung, hätte ich eigentlich gedacht, lässt schon eher ein bisschen nach Golden Pocket, momentan ein bisschen Support. Aber ich erhoffe mir hier durch diesen Short nochmal einen deutlichen Rücksetzer. Was meine ich mit deutlichen Rücksetzer? Hierfür ziehen wir jetzt einfach mal ganz kurz das Golden Pocket von unserem Pump. Leider nicht mehr tiefer gekommen, das ärgert mich auch ein bisschen, aber gut, was wir mal machen. Also das heißt, von unserem Pumpbeginn bis zu unserem jetzigen Top erwarte ich zumindest nochmal einen Rücksetzer bis 15.823 bis ungefähr 15.737. Die bearische Struktur ist noch in Gange, deswegen auch der Stop-Loss über dem letzten Hoch. Wir haben tiefere Tiefs, tiefere Hochs derzeit noch, nur Liquidität abgegrast hier in diesem Bereich. Deswegen gehe ich hier davon aus, dass wir zumindest einen Rücksetzer kriegen, wenn es malen würde, jetzt aber, dass wir einen Rücksetzer kriegen, ins 0,5er oder ins Golden Pocket. Golden Pocket wäre meiner Meinung nach sogar das Bullischere, um dann ein Höheres hochzubilden und weiterhin die Aufwärtsbewegung zu fahren. Deswegen, das ist jetzt erstmal so der Plan. Ihr seht, ich bin Short. Ihr hättet jetzt sogar noch einen besseren Entry, als ich hatte. Ich bin ein bisschen zu früh, glaube ich, reingegangen, also minimal zu früh, aber gut. Und ansonsten ist das Ziel hier mindestens das Golden Pocket bzw. das 0,5er Fibonacci Retracement Level. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt hier einfach durchballern. Dafür brauchen wir erst dieses Höhere Tief, um die bearerische Struktur auszuhebeln und von hier aus dann ein höheres Hoch zu bekommen. So, dann, last but not least, gehen wir rüber zu Gold. Gold hat komplett jetzt endlich mal ein bisschen, oder ist jetzt mal ein bisschen abgehoben. Preisziel erreicht. Ich habe es, glaube ich, in die Gruppe geschrieben letzte Woche. Gold Take Profit erreicht. Ich glaube, ich hatte sogar zwei Take Profits oder zwei. Ich glaube, zwei die Woche hatten wir auf jeden Fall schon. Also schaut gerne in die Telegram-Gruppe. Wir haben bis jetzt aber nur dieses Hoch hier rausgenommen. Also um wirklich extrem bullisch zu werden, ihr seht hier das Preisziel von unserem Inverse Head & Shoulders, muss mindestens dieser Bereich hier oben um das 0,382, also das ehemalige 0,382 gebrochen werden. Das heißt, die Marke von 1.965 bis ungefähr, wenn wir jetzt die Box ein bisschen größer machen, bis ungefähr 1.973, das ist der Trendwendebereich. Und genau hier endet auch unser Preisziel. Was gut möglich ist, wenn wir jetzt hier ein bisschen Struggle im Laufe der Woche kriegen, dass wir hier nochmal runterkriegen im Bereich der 1.938. Dort wird die Goldposition auf jeden Fall wieder verdoppelt, um dann wirklich ein neues Hoch hier möglicherweise reinzubekommen. Das heißt, dieser Trendwendebereich hier unten, die 1.940, 1.941, schreibe ich jetzt gleich mal dazu. Trendwende plus Verdopplung von der Position. Einfach, dass jetzt alle das nochmal mitbekommen. Das ist unser Zielbereich und dort würde ich gerne im Endeffekt die Longposition wieder verdoppeln, weil wir eben hier schon zwei Tech Profits genommen haben. Das heißt, wir würden hier wieder auf Ursprungsposition hochgehen, ohne viel Risiko, weil der Stop-Loss hier unten dann bei 1.919 US-Dollar liegt. Gehe aber davon aus, dass dadurch auch, dass die BRICS-Staaten jetzt im Endeffekt ihre goldgedeckte Währung, was wir vorhin mal angesprochen haben, rausbringen, dass es sehr, sehr gut möglich ist, dass Gold in den nächsten Wochen sehr, sehr stark performt. Und dann, jetzt aber zum Schluss, gehen wir rüber zu Bitcoin. Heute früh gab es kein Update-Video, deswegen gehen wir jetzt hier mal ganz kurz ein. Es hat sich zu gestern nichts geändert, beziehungsweise zu der ganzen letzten Woche hat sich nichts geändert. Wir sind weiterhin in der Seitwärts-Range, gestern hat sich der Markt ein bisschen seitwärts bewegt. Jetzt, wie gesagt, die Alternativen sind, wir gehen erst hoch Richtung 30.800 US-Dollar Golden Pocket, bilden dann tieferes Tief und brechen dann nach oben. Oder wir machen halt genau das Gegenteil, wir gehen erst nach unten und gehen dann nach oben. Das sind jetzt die zwei Alternativen, je nachdem was zuerst kommt, so können wir uns trendmäßig dann positionieren. Und ansonsten, ganz ehrlich, auf dem Daily-Chart, was ist wichtig? Wir schauen uns das Ganze mal ganz kurz an. Daily-Range ist weiterhin gleich, wir haben auf Daily-Sicht kein höheres hochbekommen, die Wicks wurden nur abgegrast, wir haben kein tieferes Tief, wir haben nur die Liquidität hier abgegrast, aber die Range hält. Eventuell nochmal ganz kurz auf den Weekly-Timeframe gucken, wie sieht es dort aus. Auch hier nichts Halbes und nichts Ganzes, nur dass die Wicks nach oben hin immer, immer länger werden. Also vom Close her wäre es schon gut, sage ich jetzt einfach mal mindestens hier die 30.147 zu schließen und ansonsten tut sich hier reichlich wenig. Deswegen brauchen wir das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich würde sagen, genießt den Sonntag, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und ansonsten war es das von mir. Und wir hören uns dann morgen auf jeden Fall wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crippled.